Arbuten, N Erdbeerbaum, M Arbusofreaktion, F Bogen, M Arcus, M Kreissegment, N Bogenzusammenhang, M Funksteuergerät, N Arcuscosinus, M Arcuscosinus, M Arcusgotangens, M Arcusgotangens, M Lichtbogenschneiden, N Triumphbogen, M Arc de Triomphe, M Bogenentladung, F Bogenentladungsröhre, F Bogenelastizität, F Abtragung, F Verblitzung, F Verblitzung, F Feelerlichtbogenschutzeinrichtung, F Störlichtbogenschutzsystem, N Kantenfluss, M Akkusfunktion, F Lichtbogengenerator, M Lichtbogenhorn, N Lichtbogenzündung, F Linieninformation, F Linieninformation, F Bogenlampe, F Bogenlänge, F Bogenlicht, N Kreisbogen, M Lichtbogen, M Spannungsbogen, M Spannungsbogen, M Achtelkreis, M Sechstelkreis, M Lichtbogenschwingung, F Lichtbogenpressschweißen, N Gerichtete Kantenprogression, F Der Länge Lichtbogenlöschung, F Lichtbogenlöschkammer, F Bogensekunde, F Kreisfahrt, F Rundfahrt, F Arcusinus, M Bogenspektrum, N Gbbn brickbogenlöschkunde, F von bone-